Ja, einen schönen guten Abend mit anderthalb Applaus für unsere Nachbarn aus St. Germs. Es tut uns furchtbar leid, obwohl wir diese Woche einen damischen Stress haben, weil wir uns auf unser Kirchtagsfest vorbereiten. Gerade rein, da haben wir das Zelt aufgestellt, morgen geht es weiter und am Donnerstag und Freitag wird es sünftig gefeiert, haben wir es uns nicht nehmen gelassen, einen da in einer geselligen Runde zusammenzukommen und unsere Wettschulden einzulesen. Also, es tut ins Tag, liebe Germsler, wir hängen fest morgen auf Nacht. Wir werden nicht so viele kommen und nicht so viel trinken, wie es gemeint hat. Ja, wir von unserer Seite aus haben uns natürlich auch überlegt, wem könnten wir für die Coldwater Challenge nominieren und haben uns da nicht hart getan. Aus unserer wunderbaren Nachbarschaft in Burghofenamt nominieren wir die Musikkapelle von Schönen. Dann aus unserer befreundeten Gemeinde in Osttirol die Trachtenmusikkapelle Karls am Großglockner und nicht zuletzt natürlich, wie könnte es anders sein, unsere besonderen Freunde vom Musikverein Lewangen in Alden. Es ist immer dasselbe Lied, bitte innerhalb von 72 Stunden mit einem Videoclip online gehen, sonst freuen wir uns beim nächsten Zusammentreffen entweder auf der Schönenbergrenzenden, oder in Alden, oder in Kreuz, oder bist du auf einem sacrischen Marenz für die Musik. Dankeschön! Salve! Musik 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 Musik